Are you ready Killer? Das kann ich natürlich nochmal zeigen, denn nicht jeder ist natürlich sofort klar, was ist das Ganze, deswegen diese kleine Einleitung immer, wo löse ich das ein. Zwei Möglichkeiten habt ihr, die erste Möglichkeit ist, im Internet mit dem Webbrowser geht ihr auf die Seite shift.gearboxsoftware.com, könnt euch dann entweder hier mit euren bereits registrierten Daten anmelden, E-Mail-Adresse und Passwort, oder halt auch hier ein neues Konto erstellen, oder aber mit einem eurer bereits vorhandenen Accounts verbinden, hat den Vorteil, dass dann automatisch auch gleich die Verknüpfung zu dem entsprechenden Account erstellt ist, sprich also Steam, Xbox Live, Playstation, Epic Games Store, Twitch, 2K Account, Google Account, Facebook Account, Twitter Account, also wenn ihr einen davon habt, könnt ihr den schon nutzen, wie gesagt, ich habe hier den PSN Account, so ist der auch automatisch dann gleich mit meinem shift Account hier verbunden, und wenn ich dann hier in der Seitenleiste auf Belohnung gehe, habe ich hier die Möglichkeit, die goldenen Schlüssel einzulösen. Dann gebt ihr einfach hier oben den Code ein, ich habe den aus dem Grund auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, oder besser gesagt nicht verlinkt, sondern reingeschrieben, dann könnt ihr ihn dann halt einfach aus der Videobeschreibung herauskopieren, hier einfügen, klickt dann auf überprüfen, und habt dann hier die Wahl, für welche eurer Plattformen ihr das Ganze einlösen wollt. Das Video hatte ich vorhin schon mal aufgenommen, aber irgendwo habe ich da einen kleinen Schmarrn gemacht, deswegen war der Ton nicht zu 100%, deswegen seht ihr bereits hier, ich habe zwei Schlüssel heute eingelöst, das sind die beiden, die ich euch hier, ja, entsprechend irgendwie in der Videobeschreibung mit angegeben habe, die habe ich hier bereits eingelöst. Das kann ingame bis zu einer Stunde dauern, dass diese Codes bei euch ankommen, also ganz wichtig, denkt nicht, wenn ihr das hier eingebt und dann seht, aha, wir haben einen goldenen Schlüssel eingelöst, wir haben die Belohnung erhalten, dass das unbedingt ingame auch bereits der Fall ist. Das kann auf alle Fälle mal dauern. Damit gehen wir rüber zur zweiten Methode und sehen uns gleich wieder ingame. So, wir sind jetzt hier also im Spiel angekommen und wie gesagt, hier könnt ihr ganz genauso natürlich die Keys einlösen, und zwar habe ich jetzt natürlich eben gerade dummerweise beide bereits über die Webseite eingelöst, aber trotzdem nochmal den Weg euch hier ganz kurz zeigen, ihr geht also ganz normal rein ins Pause-Menü, geht dann auf Social und geht dann hier rüber auf die Shift-Code-Seite und könnt dann hier die Shift-Codes eingeben. Ich mache das hier einfach mal für den einen, auch wenn der natürlich jetzt hier bei mir gleich ungültig sein wird. Ihr müsst dann halt wirklich daran denken, dass ihr das Ganze dann halt Feld für Feld machen müsst, also machen wir das einmal hier ganz kurz mit dem ersten Key, geben den hier ein. Wie gesagt, wird jetzt leider ungültig sein, ich habe den jetzt gerade beide über die Webseite eingelöst, ich wollte eigentlich nur einen, aber irgendwie hatte ich dann ruckzuck auf weitergeklickt, sorry, dafür an dieser Stelle natürlich, hätte so nicht passieren dürfen. So, wenn wir jetzt hier abschicken, dann sehen wir gleich Code-Einlösung gescheitert, der wurde bereits eingelöst. Richtig, habe ich bereits gemacht, können wir auch nachgucken, bisherige Belohnung, und dann sehen wir hier auch ingeben unter bisherige Belohnung, dass ich bereits ein Schlüssel eingelöst habe, das heißt ein Schlüssel von den beiden, die ich auf der Webseite gerade eben eingegeben habe, ist bereits da. Ja, können wir dann hier nochmal natürlich bei uns in der E-Mail kontrollieren, wenn ihr auf die E-Mail geht, dann sehen wir, aha, hier, du hast einen goldenen Schlüssel für Borderlands 3 freigeschaltet, und ich habe momentan aktuell, wie ihr unten rechts sehen könnt, null Schlüssel. Ich habe also hier oben insgesamt jetzt 13 verfügbare, weil ich halt noch gar keine Schlüssel angenommen habe, und das hat auch einen Vorteil, denn wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich diese goldenen Schlüssel duplizieren. Das geht natürlich wieder auch mit der Offline-Methode, also bevor ihr diese Schlüssel jetzt einlöst, macht ihr folgendes, ihr geht erstmal rein in euer Dashboard, geht dann auf Einstellungen, Netzwerk, mit dem Internet verbinden, den Haken raus, geht zurück ins Spiel, und dann seht ihr auch schon, linke Hand, Entschuldigung, rechte Seite, gerade ganz kurz war die Meldung gewesen, keine Verbindung mehr mit dem Internet. Das bedeutet, ich werde das hier mal auf Annehmen gehen. Jetzt habe ich noch 12 in der E-Mail, das heißt, ihr seht unten, ich habe einen goldenen Schlüssel eingelöst, habe noch 12 in meiner E-Mail verfügbar. Mehr sind da nicht mehr drin. So, und wie gesagt, einen habe ich jetzt eingelöst, jetzt werde ich ja kurz das Spiel beenden. Möchtest du das Spiel wirklich beenden? Ja, möchte ich. Dann gehe ich jetzt wieder auf Weiter, also ich logge mich einfach wieder direkt ein, habe einen goldenen Schlüssel eingelöst. So, wieder im Spiel angekommen, wieder zurück ins Social-Menü, in die E-Mails hinein. Und ihr seht, 13 Schlüssel verfügbar, obwohl ich unten bereits einen eingelöst habe. Das könnt ihr also gerne duplizieren und duplizieren, solange wie ihr möchtet, solange wie ihr Lust habt. Ihr solltet aber auf alle Fälle, bevor ihr das nächste Mal wieder online geht, hier oben die E-Mail haben mit den 13 Schlüsseln. Weil, wenn ihr die, ich denke mal einfach, dass es so sein wird, wenn ihr diese E-Mail hier komplett leer habt und dann wieder online geht, dass es da eventuell weg sein könnte. Ich mag es nicht testen, weil dann sind sie weg. Das will ich nicht. Und deswegen holen wir hier jetzt einfach nochmal alle Kiesel raus, was soll's. Haben jetzt wieder von den anfänglichen 13, haben wir 14. Sagen wieder Spiel beenden. Ja, wollen wir. Gehen wieder auf Weiter. Und haben dann wieder unsere E-Mails mit den 13 goldenen Schlüsseln. Zurück beim Spiel, wieder ins Pause-Menü, Social, E-Mails. Und da sind sie, diese 13 Schlüssel, obwohl ich 14 habe. Also, so könnt ihr dann eure Schlüssel, ja, verunendlich fachen. Verunendlich fachen, auch mal ein schönes neues deutsches Wort. Ob es das in den Tunen schafft, weiß ich nicht so genau. Und hier natürlich der Moment, wo ihr die goldenen Schlüssel einlösen könnt, hier an der Kiste. Und schaut, was kommt denn Schönes raus. Bei mir noch nicht mal ein Epic, bisschen Legendary-Krempel. Schauen wir mal, äh, bisschen epischer Krempel, kein Legendary. So rum natürlich, soll's heißen. Nehmen wir mal die ganzen Sparen raus, können wir ja wenigstens verkaufen. Und so weiter und so fort. Das war's. Also, kann natürlich jeder Hand haben, wie er möchte, ob er sich da die Schlüssel dupliziert oder nicht. Ich finde, ist jetzt nicht irgendwie so ein Ding, was wirklich notwendig ist. Ich bin aber auch jemand, der ehrlich gesagt noch nicht mal großartig den Schlüssel hinterherjagt. Sondern eher auf sein Drop-Glück bei Bossen und Co. hofft. Aber so bekommt ihr auf alle Fälle unentwickelt goldene Schlüssel. Oder habt auf alle Fälle zwei niegelnagelneue heute hier, dank dieses kleinen Videos zur Verfügung. Und dementsprechend, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich darüber freuen. Wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr hier einfach weiter kein neues Video. Und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Und ich sage bis zum nächsten Mal.